Hallo, ich heiße Johann und ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland und wohne zurzeit in Dresden mit meiner Familie. Das sind meine Mutter Antje, mein Vater Lutz und meine kleine Schwester. Mein großer Bruder Arend und meine große Schwester Lea wohnen nicht mehr zu Hause. Das hier ist mein altes Zimmer. In meiner Freizeit baue und bastle ich sehr gerne. Zum Beispiel Drohnen, Lautsprecher und gerade eben habe ich mir einen Rucksack genäht. Das kann manchmal wirklich frustrierend sein, doch am Ende ist es das ganze wert. Gutem Wetter gehe ich zusammen mit meinem Bruder Arend. Okay, ich glaube, ich muss jetzt langsam Akku schonen. Und meiner kleinen Schwester Lana und manchmal auch mit meinem Cousin Ludi mit der Drohne fliegen. Ich mache Sport. Und um mich auch ohne den Wandelfitnessraum in Form zu halten, habe ich eine Klimmzugstange, Ringe und einen Platz für Liegestütze. Also halt hier Liegestütze, rauskommen und hochschwingen und liegen. Außerdem haben wir zwei niedliche Hasen im Garten. Meine Haare schneide ich mir natürlich selbst. Auch mein Opa war schon dran. Meine Oma hat es aber leider nicht erlaubt. Ich habe mich noch nicht erlaubt.